Herzlich Willkommen bei Promi Real Talk. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und dein Abo freuen. Ja, es geht um die Schocknachricht. Florian Silbereisen will jetzt, nachdem er das erfahren hat, dass sich Helene Fischer nicht mehr sicher ist, ob es wirklich seine Tochter ist, jetzt den Vaterschaftstest. Er sagt, es kann gut möglich sein, dass Nala wirklich meine Tochter ist und deshalb will er jetzt den Vaterschaftstest. Zu dieser Zeit haben Helene Fischer und Florian Silbereisen, wie er selbst in einem Interview vor wenigen Stunden sagte, erzählt, die beiden haben sehr viel Zeit miteinander verbracht zu dieser Zeit und Florian ist sich sicher, er ist der Vater von Nala und deshalb will er jetzt den Vaterschaftstest. Er will es wissen, ob wirklich Nala seine Tochter ist. Er hat sich schon so lange eine Tochter gewünscht und jetzt wäre es an der Zeit, sagt Florian Silbereisen. Alle, ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz warten gespannt. Ist Florian Silbereisen wirklich der Vater von Nala? Er hat sich schon lange eine Tochter auf den Vaterschaftstest.